Hier ist euer Kilo 881. Diesmal melde ich mich von einem Rundgang durch das Volkfest von Poyn 2014. Hier beim Haupteingang, wenn man reinkommt, ist auf der linken Seite gleich mal ein Schlossallstand. Und auf der rechten des Vitrim Süßigkeitenstands, die folgt vom Losstand. Dann hier noch in der Mitte das Kinderkarussell. Jetzt können wir hier entlang gehen oder hier entlang gehen, wir gehen geradeaus weiter. Nach dem Losstand kommt der Skistand und die Graperie, der Krebsstand und die Schiffschaukel. Und auf der linken Seite befindet sich der Autoscooter in der Mitte des Volkfestes. Dann die Hauptattraktion hier rund um den Tegernsee. Und Mega Game, ein Luftballonstanz. So, von hier kamen wir. Hier ist nochmal der Autoscooter. Tegernsee. Und dann gehen wir hier rum. Dann ist das Spiegellabyrinth mit Lasergang. Und dann das Festzelt, der Schweiger. Festzeltour. Schauen wir mal was los ist. Hier ist der Biergarten. Da ist noch der Stecker für Spratterei. Nochmal der Autoscooter von der anderen Seite. Biergarten. Dann noch Horinger Wiesenalm. Die macht man ja abends auf. Und dann wieder das Kinderkarussell und noch ein Boxerstart. Wie stark bist du? Von hier graben wir. Und dann sind wir wieder am Anfang. Hier haben wir nämlich gestartet. Hier ist noch ein Dosenwerfstand. Okay, das war der Rundgang durch das Volkfest von POIN 2014. Weitere Videos und Hintergrundinformationen gibt es auf meiner Website www.alkido8.1.de oder auf meinem YouTube-Kanal www.alkido8.1. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alkido8.1.